Okay, eins, zwei, zwei, drei. Nice shotty. Keller ist weg. BALDO! Pokémon! Ladies and gentlemen, damit herzlich willkommen zu dein Pokémon-Map von DDT-Filter mit dabei! Sven! Hallo! Du bist es, wenn ich jetzt tot bin, ist es Sven. Ich kann es nicht sein, weil bei mir durch grün Innocence steht. Welcher Faxcode ist denn das? In grün? Ja, grün. Boah, das schaut aus wie ein riesengroßer Edeka bloß für Pokémon. Ja, voll riesig, ne? Die Regale hier. Ja, voll riesig. Guck mal, ich guck gleich, ich guck gleich nicht nach oben ran. Ich guck gleich nicht nach oben ran. Gibt's hier sogar noch Klopapier. Cool, geh doch mal rein. Komm, wir gehen auf die Suche. Geh mal auf die Klopapier-Suche. Ja, ja. Klopapier, Klopapier. Ey, hier kann man da Pokémon-Talk. Wo, wo, wo? Ich will tauschen. Nein. Ich hab nur scheiß Kappador. Will jemand die Kappador tauschen? Das können gute Leute. Will jemand mal Kappador haben, hallo? Kann man eine Treppe? Kann man die Treppe hoch? Ja. Oh, tatsächlich. Ich hab mich überschrochen. Entschuldigung. Schießt der einen auf mich? Ich hab mich überschrochen. Entschuldigung. Wenn ich jetzt gleich tot bin, ist es ja nix. Das ist klar, das ist immer ja nix. Ja, das ist ja nix. Der weg. Hast du Drastrad auf dem Gewissen? Ja. Drastrad? Drastrad? Ja, ich bin noch da. Ich bin aber hier irgendwo rein. Er flirtet gerade. Ja, so etwas. Guck mal, hier guck mal auch weiter. Oh. Oh, krass. Das weiß ich nicht. Aber hier ist einfach nur ein leerer Raum. Esch Ketchup. Ah, stimmt. Wenn du Kräder bist, kannst du mich jetzt umbringen. Guten Tag, Bestellung bitte! Das könnte ich echt machen. Aber die waren auch zwei Minuten. Also wenn ich lieber rede, dann hat sich die mitgekündigt. Ich will nicht die abgelenkt, dann will ich dich einfach wieder, weißt du. Ah, okay. Guten Tag, Bestellung bitte! Bestellung bitte! Du hast AP gemacht. Du hast AP gemacht. Du hast mir Ketchup schon getrunken. Mein Ludl mit Leis, okay. Kommt der Ball noch. Warte, so geht hier. Warte, oder? Nee, es ist es. Hier Ludl mit Leis. Warte, danke schön! Ja, danke schön! Ja, 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 ja. Du bist es nur noch gutzeitig. Wäre ich? Ja. Nein, warum? Du hast mir gerade eine Waffe zugebrochen. Du wirst es sagen. Weil du es böse hätte. Ich hab dir eine ganz normale Piste zugeschmissen. Trotzdem. Du, Traitor macht sowas. Ist das der Edeka? Ja, du, der Traitor macht sowas. Das ist ein riesen Edeka. Geh wieder raus hier. Ich folge dir. In der Höhle. Oh mein Gott, mein Einbot. Er hat geschossen, er hat geschossen, er hat geschossen. Traskon ist es. Traskon ist es. Traskon ist es. Der rennt hier schon so rum. So, so. Ja, klar. So innocent rennt er rum. So innocent rennt er rum. Ich hab Chiki. Hier, Chiki ist es. Ich flüchte vor Chiki, da findet mich hier nie. Ich weiß genau, wo du es ist. Ha! Hab dich gefunden. Verdammt. Ich flüchte bei Pokémon tauschen. Janik, Janik, wieso redest du? Ich hab dich gerade erschossen. Wo ist er jetzt hin? Ja! Ey, Traskon! 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 Verdammt! Stopp! Pause! Pause! Alter! Ich hab Traskon dir jetzt komplett vertraut, diese Runde. Diese Sau, ey. Ich komm rein und die tauschen. Auf einmal fliegt da so eine Rakete auf mich zu. Ich war kein Traitor. Auch wenn ich dir die Waffe zugeschmissen hab. Ja? Ich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Der da! Genau, der da, ne? Oh Gott. Wo bin ich denn gespawnt? Ich bin unterirdisch. Ich bin der dick, glaube ich. Ich kenne die Gefahr. Ja. Pokémon! Ich hör hier jemanden im Edeka laufen. Hi! Aha! Ich dachte schon, ne? Edeka! Komm, schnapp sie dir! Auf Klopapier! Yeah! Aber nur ein 1-2-Tag. Schicki ist im Keller. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Na hier dann. Und dann hier hoch. Das ist quasi eine Treppe. Oh, ich hab die Bullshit! Boop boop! Boop boop! Genau. Ah, Tageslicht. Hallo? Waldo hat die Traitor-Sniper. He's one-hit. Aufpassen. Irgendjemand ist in den Edeka. Ich suche Klopapier. Ja, so. Jetzt sind alle da drin. Suchen alle jetzt Klopapier, oder was? Ich sperr mal. Ich bin eingegangen. Hallo, hallo. Da sind, da sind, da sind, da sind, da sind, da sind. Fick so heißt es. Scheiße, ich stand jetzt gerade alle so perfekt. Mit der Bullshit. Ich bin aus, als die ein bisschen nach vorne geht. Alter. Ja, ich halt mich immer da raus. Ich will da gut. Boah, die Bullshit macht Laune. Die macht gut damage. Sven ist aktuell erstens. Die Bullshit? Ja, die Bullshit ist gut. Das geht aber nicht. Also, ich finde, das ist super so. Nee, ich muss ja gleich fliegern. Nee, 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 nee. Aha, da hat er eine Akimbo-schei gedämpfte Pistole. Äh, nein. Nein. Äh, nee. Sowas besitze ich nicht. Ich hab überhaupt gar nicht gemerkt, dass ich Traitor war, bis ich den einfach mal wieder aus dem Keller raus... Huuu! Denn so... Ich hab mich geschossen, Waldo! Und ich helfe wieder noch raus. Du helfst mir noch raus, ja. Oh, Manni. Sven, wollen wir uns... Daran erkennt man es wieder, die Moral ist hier für niemanden. Ja komm, lass uns erschießen. Auf drei, okay? Okay. Okay. 1, 2, 2, 3. Nice, Gotti. Keller ist weg. Waldo! Keller ist weg. What the fuck? Deswegen jetzt schnell. Er hat's weggetötet! Wollen wir uns erschießen? Boah, dass er wirklich abdrückt! Hab ich auch nicht gedacht, dass er wirklich abdrückt! Ich hab grad ne Waffe gefunden und dann ging's los. Wollen wir uns erschießen, weil die letzten Worte von Waldo. Ja, ich... ich... ich will das so noch. Äh... War eine miese Sau. Wer ist denn das? Hallo! Janik? Ja? Wenn das Preparing vorbei ist, dann schießen wir uns ab, okay? Was? Vertraue mir nicht! Nein, ohne Scheiß! Janik, komm her! Nein! Wer hat Bock? Ja? Ich, ich, ich pups dich weg! Jetzt wird schneller als du! Sven schießt! Hä? Jetzt hab ich geschossen! Ich glaub, wie Annik es ist! Hör doch von mir so hinter mir herzulaufen! Ich mag das nicht! Hä? Doch, du schießt doch! Nein! Scheiße! Was sind das hier für Runden, Leute? Sven Minuspunkt angebracht! Es ist alles easy! Nee, war alles überall weggeschossen! Ja, wollten wir uns erschießen! Ich hab' den easy zu planen, dann funktioniert's, wenn er jetzt nicht versteckt! Ich hab' den easy zu planen, dann funktioniert's, wenn er jetzt nicht versteckt! Ich hab' den schaden macht! Ich hab' den schaden macht! Wenn wir so weiter machen, dann wird's denn wie du voll mit knapp, Leute! Wir haben ein bisschen strecken, dann ein bisschen strecken! Okay, jetzt kannst du lange warten! Ich hab' Klopapier gefunden! Alles klar, Sven ist später! Ich will lange warten! Na, wer war das hier gerade? Ich! Das ist mein Klopapier! Mein Klopapier! Mein Klopapier! Mein Klopapier! Klopapier! Ich bin wieder Trailer! Guck mal, Waldo, das mach' ich gleich mit dir! Okay, das mach' ich mit euch! Der ist da, der da, der da! Der ist da! Der ist da! Der ist da! Die Arme! Janik schießt! Ähm, Janik, warum hast du das, dass wir dich leben? Tau! Hey Sven, warum hast du das, dass wir dich leben? Aua! Habt ihr euch jetzt echt alle wieder getötet? Krass Ron, ist es! Ernsthaft! Ich hab hier extra hier das Teil geholt! Das ist, wenn du auf dem großen großen Bereich bist, ist das aber an! Das war die beste Trailer-Runde überhaupt! Das war die beste Trailer-Runde überhaupt! Ja! Du hast angefangen, Janik! Nee, du hast angefangen! Nee, du hast erst einen Weg geschossen! Ja, weil du doof gefragt hast! Doofes Fragen drückt und schnafft. Warst du nie in der Schule? Nee. Sven, Sven, Sven. Ja, stopp. Jetzt machen wir Party, okay? Okay, Party. Bleib jetzt stehen. Bleib einfach stehen. Bleib stehen. Nein, bleib doch stehen. Du hast mich in den Markt geschleudert. Ja, das hat einfach gehen. Ja, das war... Klasse Party. Hi. Hallo. Wollt ihr Rose kaufen? Ich glaub, also Chicksal ist kein Traitor. Ich glaub du. Nicht Traitor, ich Roseverkäufer. Ich musste verdienen ganz viel Geld. Bei mir passt grad überhaupt keine Waffe. Er hat mich schon lange gekillt sonst, glaub ich. Also ich krieg die nicht angezeigt. Echt komisch. Dann war noch eine, noch eine Wolle Rose. Aua! Ja, okay, ich weiß. Warte, wie soll man da was töten mit? Dieses Hühnchen. Kann das sein, dass das im Tratershop verpackt ist? Das ist das Zombie-Hühnchen oder was meinst du? Ja. Ja. Ja, ich glaub schon. Das müsste... Ich gehör glaub ich zu denen, die immer am Anfang da stehen mit Fehler. Ah, okay. Weil ich hatte das schon zweimal. Hier in den Runden kauft. Bitte keine. Aua! Was denn? Wir können nur machen. Wow, er war Inno und hat auf mich geschossen. Okay, aber keine noch. Hey, wie muss ich meine Items ja verwenden? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Killt er mich einfach. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ja, ich hatte keine Waffe. Ja, Jesu kriegst auch Termine. Du hast recht. Das ist klar. Vielen Dank für's Zuschauen und das war wieder Diddede. Das ist ein Lecter. Tschüss. ... ... ...